Hallo, mein Name ist Steven Wilson. Wenn deine Ziele sind, gut aussehen, Fat Burning, Kalorien verbrennen, langsam Step by Step Muskel aufbauen, dann bist du hier bei uns richtig. Ich habe das Programm BodyShap nur für dich entwickelt. Es geht hier um Spaßfaktor, es geht hier um Fat Burning. Du möchtest gut aussehen? Dann mach einfach mit. Es ist völlig egal ob du alt, jung, dick, dünn. Es geht hier um hartes Training. Ob du seit längeres keinen Sport mehr gemacht hast, interessiert niemanden. Ich empfehle dir zwei bis drei Workouts die Woche Minimum. Glaubst mir, du wirst hier Spaß haben, du wirst dich wohlfühlen. Mach einfach mit, du wirst es nicht bereuen. Wir haben ein gutes Team, wir haben verschiedene Optionen und deine Option wirst du rauskriegen. Ich freue mich, ich sage dir bis bald, wir sehen uns bei den Workouts.